Was geht YouTube? Was geht liebe Zuschauer? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch 11 Talente unter einer Million. Das war ja immer so ein Format in den letzten Jahren, was auch sehr sehr gut ankam. Und diesmal präsentiere ich euch 11 Spieler, die einen maximalen Marktwert von einer Million haben. Sprich mit Verhandlungen könnt ihr diese Spiele unter einer Million sogar holen. Die haben alle ein Potenzial zwischen 81 und 84, aber natürlich mit dem dynamischen Potenzial und mit verschiedenen Tricks könnt ihr dieses Potenzial nochmal erweitern, erhöhen, sodass die Spieler noch besser werden. Checkt die letzten Videos ab, wir reden nicht lange und fangen direkt an mit den Talenten. Und wir fangen an mit dem Torwart Kiel Persmann vom PSV Eindhoven, Belgier, 18 Jahre, hatten 6. Gesamtwertung und ein Potenzial von 81. Aber wie gesagt, mit dem dynamischen Potenzial und wenn ihr den Spieler auch trainiert und diese Tricks anwendet, dazu werde ich auch ein Video machen zukünftig, das könnt ihr auch gerne abchecken, könnt ihr hier den Potenzial von den Spielern deutlich mehr erhöhen. Ihr seht, man kann ihn für ungefähr 6.000 bis 780.000 holen. Er hat ein Wochengeld von 500 Euro, also das ist einfach gar nichts. Wir machen weiter und direkt mit einem deutschen Spieler vom TSV, 1860 München, 17 Jahre alt ist er, Leandro Morgala. IV und RV, in meiner Liste ist er als RV vermerkt. Ihr seht, auch wieder unter eine Million zu haben, auch ein 81er Potenzial, ist auf jeden Fall auch ein Top-Spieler. Wir machen weiter mit den Innenverteidigern. Ashley Phillips von Blackburn Rovers, der 17-jährige Engländer. Ihr seht, ist sehr, sehr günstig, auch nur ein Wochengehalt von 500. Sein Potenzial liegt bei 82. Fabio Chiarotia von Werder Bremen, ein weiteres deutsches Team, auch eigentlich ganz, ganz günstig. Er hat eine Freigabe, sobald ihr müsst ihr gar nicht bezahlen, könnt ihr einfach verhandeln und den Spielern sehr, sehr günstig ergattern. Er hat ein Potenzial von 83 und ist auf Rang 2. Linksverteidiger Aaron Center, er ist als LAV, den könnt ihr natürlich als LV innerhalb von zwei Wochen trainieren. Und ihr seht, auch unter eine Million zu haben, der deutsche, gute Junge, hat ein Potenzial von 81. Wir machen weiter mit deutschen Teams, da sind echt sehr viele in der Liste drin. Abdullaye Kamara, 17 Jahre, aus Guinea, auch wie gesagt, unter eine Million zu haben. Er hat ein Potenzial von 82. Laudin Ulrich vom VfB Stuttgart kann ZM, ZOM und LM spielen. Ihr seht, auch unter eine Million zu haben. Sein Potenzial liegt bei 83, wie mit Fabio Chiarotia, der Innenverteidiger von Werder Bremen, in diesen Aufrag 2, was das Potenzial angeht. Okay, wir machen weiter. Luke Harris ist bei mir als Zehner in der Liste, speichert 17 Jahre. Der war Lisa, auch unter eine Million zu haben, aber sehr, sehr knapp. Müsst ihr einfach gut verhandeln. Also ich glaube, sogar für 900, 800 kriegt man den auch, wenn man gut verhandelt. Er hat ein Potenzial von 4,8. Alfie DeWine, er ist auch bei mir auf der Liste als Flügelspieler vermerkt, auch wie gesagt, unter eine Million zu haben. Er hat ein Potenzial von, muss ich jetzt mal auf meine Liste schauen, 84 genauso. Die beiden haben das größte Potenzial, was festgeschrieben ist. Aber wie gesagt, dynamisches Potenzial könnt ihr alles regnen. Serge Ngoma, der Amerikaner, 17 Jahre, ist auch bei mir auf der Liste als rechter Flügelspieler angetragen. Auch unter eine Million zu haben, auch sehr, sehr günstig. Er hat ein Potenzial von 82. Und ich muss ehrlich sagen, den habe ich auch in meiner eigenen Karriere gekauft. Und er hat schon 82 mit 21, 22, also in 4, 5 Jahren ist er von 58 auf 82. Deswegen das mit diesem festgeschriebenen Potenzial, vergiss es einfach. Und der letzte Spieler in der Liste ist ein Stürmer, Zenan Pijenovic. Sorry, ist ein schwieriger Name. 17 Jahre, ist auch unter eine Million zu haben und hat ein Potenzial von 83. Ja Leute, das waren meine Top 11 Spiele unter eine Million. Ich lasse auch nochmal einen Link da, könnt ihr mehrere Spieler pro Position, könnt ihr 5 Spieler finden, die auch unter einer Million sind. Checkt auch die letzten Videos ab, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal. Und wenn euch dieser Format gefällt, dann schreibt es mal ganz gerne in die Kommentare. Lasst es mich wissen, weil dann werde ich weitere solche Formate bringen, wie zum Beispiel Talente aus der Bundesliga, Talente aus der 2. Liga, Talente aus der 3. Liga oder Talente aus Deutschland, was aus sich, aus der Türkei, aus Italien, aus Spanien, aus verschiedenen Nationen. Deswegen, lasst ein Abo da und schreibt auch einen Kommentar da. Danke, dass du bis zu meinen Tagen genommen bist und ciao, ciao, mach's gut.